Wir begrüßen Sie zum 100. Jahrestag des Heidens-Steiner-Stadions und wir begrüßen Sie zu unserem DSC-Jubend-Meeting 1898. Herzlich Willkommen hier im Heidens-Steiner-Stadion! Und jetzt, ich lasse sie wirklich machen, dass sie mal eine Serie auf der Welt sind. Und jetzt, ich lasse sie wirklich machen. Und wir sehen uns beim Rallys. Ah, ist schade, aber du bekommst den Applaus von 1, 2,20 Meter. Setzt das mal Händchen auf. So, ja, jetzt haben wir hier eine Menge Herrenwürste. Und das ist aber auch, dass wir unterlagen, jeden Einzelnen zu stellen, dass kein Würste sein kann. Für die Sicherheit. Und das ist ein ganz schönes Würde. Ganz herzlichen Dankeschön. Und das war dann nochmal wieder in die Bildung. Vielen Dank. Das ist ein Würde. Und das ist ein Würde. Das ist ein Würde. 1-3! 1-3! Stop it! Stop it! 1, 2, 3, 2, 1 Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, was soll ich sagen? Diese Stadt kann und muss stolz sein auf diese Fantasie. Danke. Bevor der OB geht, bleibt doch noch ein Augenblick. Wir haben noch zwei Sachen. Vielen Dank. Vielen Dank.